Kalangasana, die Stellung der Dunkelhäutigen, die dunkelfarbige Stellung. Eine Stellung, um den Geist nach innen zu richten. Ausgangsposition kann der Langsitz sein. Von hier kommt zur Zehenspitzenstellung. Gib also die Zehenspitzen und die Fußballen auf den Boden und setze dich auf die Fersen. Dann schließe die Ohrknöpfe, indem du die Zeigefinger auf die Ohrknöpfe gibst und lass den Kopf leicht nach unten hängen. Auf diese Weise kannst du nach innen gehen. Du hörst nichts Äußeres mehr und du hörst vielleicht den inneren Klang Antanada, die Anahata-Klänge. Eine Variation wäre noch, gerade wenn dir die Stellung bequem ist, dass du die Ellbogen auf die Oberschenkel gibst, dich abstürzt mit den Ellbogen und dann mit dem Zeigefinger die Ohrknöpfe wieder verschließt. Aber anstatt, dass die Ellbogen seitlich neben den Beinen gehen, hast du die Ellbogen auf den Oberschenkeln selbst. Und wenn die Stellung angenehm ist, werden dir dabei nicht die Schultern schwer oder die Arme schwer.